Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur Fortsetzung des Horrorshooters 4. Tja, in den ersten Folgen, da haben wir uns durch die Docks gekämpft. Und in den letzten Folgen waren wir in den Bürokomplexen von Amaham und haben nach Antworten gesucht, was dieses kleine Mädchen betrifft, was Paxton Vettel betrifft, der aus dem Gefängnis geflohen ist und wahrscheinlich durch Telepathie irgendwelche Roboter bewegen kann, befehligen kann, was weiß ich. Und jetzt am Gegenende sind wir in diesen Bürokomplex hier gekommen und hier suchen wir nach weiteren Antworten. Granaten sind voll. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich lang muss. Irgendwie ist meine Maus ein bisschen zu schnell. Das ist schlimm. Ich habe jetzt keine Ahnung, da muss ich die Hardware. So. Ach, hier ist dicht. Okay. Okay, hier. War mal anscheinend schon. Die Knarre wirklich nicht. So. Wenn da Leichen liegen, dann sind wir da schon gewesen. Achso, da kommt nicht durch. Alles klar. Dann geht es hier weiter. Diese Chips, also war hier dieser Fettsack schon mal. Hallo? Wer ist da? Oh, Sie sind es. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Mr. Mabes, Sie leben noch. Was nicht Ihr Verdienst ist. Was machen Sie hier? Die Aufzüge sind ausgefallen und überall sind Soldaten. Sie müssen ein Security-Büro finden und die Sperre aufheben. Bleiben Sie diesmal, wo Sie sind. Ehrenwort. Heben Sie die Sicherheitsverriegelung auf. Die Gürtelschnalle da. Wisst ihr, was das heißt? RTFM? Read the fucking Manual. Lest die verdammte Beschreibung. Okay. Hier wird es wahrscheinlich dann weitergehen. So, hier gibt es nichts. Was ist denn das gewesen? Ich glaube, ich stelle mal auf diese Minen um. Wahrscheinlich sind die bald mal hilfreich. Ach, du Scheiße. Hm. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von eine Nummer von außen. Jason, ich bin's. Ich hab die Nachrichten gesehen. Was steht da vor? Bitte ruf zurück und sag mir, ob es dir gut geht. Ich mach mir wirklich Sorgen. Ende der Nachrichten. Oh. Nice. Hm. Da bin ich gekommen. Da steht ja noch der Fettsack. Hm. Da bin ich gekommen. Was sind diese ferngesteuerten Bomben? Ja, was ist mit dem Treppenhaus da? Soll ich das mal abklappern? Ach, da kann ich gar nichts machen. Ach, da kann ich gar nichts machen. Ich sehe zwar, dass wir da... Für was ist das dann hier? Okay. Für was ist das dann hier? Na ja gut. Na gut. Da ist ne Rüstung. Munition. Wo ist denn die andere Lappen? Dann muss ich 뉴스c Portland. Das war's für walgentliche. Ich schadgere heute besser. Ich schadgere ... Keine vern workload. Sollte Gibt es ziemlich viele Midi-Picks, ne? Ok, von die Midi-Kon. Ah, hier kommt mir nichts durch. Immer mal wieder abspeichern, falls das Spiel wieder abkackt. Ach, ist wieder dicht. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Okay, zu wissen, dass hier was rum nicht. Ja, die und ihre Experimente immer. Okay, das war's für dich. Ich muss da runterspringen. Na komm, zeig dich. Okay. Da geht's nicht lang. Okay. 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 So, dann aktivieren wir mal das. Suchen sie Vettel. Warum ist denn jetzt der Monitor ausgefallen? Ach da. Ah, jetzt gehen die Türen wieder. Außer die natürlich. Da komm ich nicht mehr zurück. Na gut. Dann geht's halt weiter. Ah, hier war ich schon mal. Ich erkenne das an der Chipstüte. Wo muss ich lang? Da will ich kommen. Okay. Na dann nicht. Aber hier geht's doch wieder zurück, oder? Was muss ich denn jetzt machen? Ja. Das ist ja hilfreich. Ich dachte, ich muss durch den Bürokomplex. Aber da geht's ja nicht weiter, oder? Da ist nix. Ah. Sayonara Wichser. Ja. Sayonara Wichser. Ja. Sayonara Wichser. Das stimmt. Ja. Hat den Pfarrstuhl ausgeschalten. Aber jetzt kann ich ja hier durchlaufen, ne? Ich guck mal, wo das zu holen ist. Ich glaub nicht. Die sind schon voll. Jetzt kann ich ja hier durch den Pfarrstuhlschacht klettern. Ich sollte natürlich nicht runterfallen. Das ist nicht zu hoch. Und weiter? Und nur? Komm ich da durch? Nee, da komm ich nicht durch. Ah. Hier ist noch was. Ah. Gott. Du bist hochgerannt. Damit ich wieder hier runter springe. Es muss jede erdenkliche Anstrengung unternommen werden, Vettel zu finden, bevor er die Position wechselt. was ist denn das hier in der Grafik? Caution Turret Housing. Ah. Turret ist doch ein Geschütz, ne? Das muss ich wahrscheinlich erst auslösen, dann komm ich da hinten durch. Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da ist der Fettsack. Dieser fiese Sack. Oh, perfekt. Sie schon wieder. Sehen Sie diesen Knopf? Was der wohl macht? Ups. Und tschüss. Arsch. Und nur? Ja gut, jetzt habe ich das zerstört. Aber ich komme ja eh nicht wieder hoch, oder? Ah, doch. Da ist ne Leiter. Ja, jetzt ist hier das Geschütz runtergefahren und ich kann hier durch. Sehr schön. So, das Spiel hat mich natürlich nicht enttäuscht und ist wieder abgekackt. So, über den Fettsack. Ach, ich wollte mich erst mal umschauen. Die habe ich schon. Ach, ich kann den nicht drücken. Oh. Okay. In diesem Bereich gibt es automatische Abwehrmaßnahmen. Unbefugte werden ohne Warnung erschossen. Vor. Ach ja. Oh, das ist cool. Und in diesem Bereich wird die Schmerzen mit den Heimat genug schädelt. Ja, das ist keine Schmerzen. Ich kann also den Strom abschalten. Das ist praktisch. Ja, das Ding ist aber nicht kaputt, ne? Man, das ist ja bitte so weitläufig. Oh, shit, 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 shit. Also rauchen tut das Ding schon. Sind das zwei? Ach so. Ne, das ist nur der Schatten gewesen. Sehste, geht doch. Okay, hier kann ich jetzt nichts anrichten. Ah, ich will mich erstmal oben umgucken. Ja, hier war ich schon. Oh mein Gott. Vielleicht kann man das hier umgehen. Ja, wo denn? Ich bin nicht schlimm. Das war's. Scheiße! Das muss ich irgendwie anders lesen. Gut. Also nochmal der gleiche Scheiß. Sie haben es wegen eines Synchronicitens-Ereignisses beendet. Keine Ahnung was das heißt, aber es scheint Tote gegeben zu haben. Keine Ahnung. ... So, das war dich. Gucken, ob wir hier noch einen Midi-Pick finden. Hier war ich schon. Wo ist denn das? Fuck. Das hab ich ja zerstört da. Ach, das Pferd wieder rein, wenn's nicht gebraucht wird. Okay. Das ist der Feinde noch da, ja. Hat er sich jetzt versteckt? Verpisst hat er sich, der Wichser.